Stopp, schau dir das an! Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, erklärt nicht der ukrainische Präsident, sondern die Außenministerin, die wieder am Handy spielt, Annalena Baerbock. Meine Damen und Herren, wenn man Ihnen so zuhört, dann könnte man den Eindruck gewinnen, wenn es alleine nach Ihnen ging, dann wären deutsche Soldaten bald wieder auf der Krim. Meint ihr, Frohnmaier hat Recht? Schreibt es in die Kommentare.